Wir begrüßen mit mir gemeinsam das Team Berlin Juniors. Amtierende deutsche Juniorenmeister seit 10 Jahren bei den Top Ten der Welt. Vom Alter her, 13 bis 16 Jahren, sie behalten sich gerade auch die Juniorenmeisterschaft in Sarkoasic vor, an dem sie als die deutsche Nationalmannschaft teilnehmen werden. Und sie zeigen uns ihre Pflichtkür. Viel Spaß, Team Berlin Juniors! Musik 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 Team Berlin-Jugor Team Berlin-Jugor Das zeigt mir bei uns ein, hat sich viel Erfolg und Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Jetzt gehen wir aber direkt rüber.